Hallo, wir sind heute in Köln auf dem Marsch fürs Leben und es hat gerade angefangen die Stimmung, man hört es im Hintergrund, es ist bombastisch. Wir freuen uns hier und hoffen darauf, dass der Marsch diesmal stattfinden kann, dass er nicht wieder blockiert wird von Antifa. Und natürlich sind wir hier vom Team Cityscope mittendrin und dabei.